Liebe Studierende, willkommen zur sechsten Videoübung des Semesters mit dem Titel Übergang zum Gleichgewicht. Mit dieser Übung setzen wir uns mit dem idealen Gasgesetz auseinander. Die Anfangssituation ist wie folgt angegeben. Wir haben zwei Gase A und B. Eigentlich beide Gase sind von der gleichen Sorte. Es handelt sich um Stichstoff in der gasförmigen Phase. Aber Stichstoff ist enthalten in einem Volumen Va respektive Vb und von beiden Gase in beide Volumen ist auch der Druck Pa respektive Pb und die Temperatur Ta respektive Tb bekannt. Das Ganze befindet sich in einer Situation, die thermisch isoliert ist. Das heißt, man hat mit thermisch isolierten Behältern A und B zu tun. Und dazwischen gibt es auch eine mögliche Verbindung, die im Moment noch geschlossen ist. Das heißt, beide Gase bleiben in dieser Anfangssituation getrennt, aber eben thermisch isoliert. Thermisch isoliert bedeutet hier, dass mit der Umgebung keine Wärmemenge Delta Q ausgetauscht werden kann. Das heißt, wenn wir das Ganze als System betrachten, die totale Wärmemenge Delta Q, die eventuell im Spiel sein kann oder sich entwickeln kann, später in der Entwicklung des Problems, muss immer gleich Null bleiben, weil eben das Ganze erfolgt. Die Mischung, die wir später betrachten werden, werden erfolgt in einer thermischen isolierten Situation. Die erste Frage ist ganz einfach. Man fragt, wie groß ist die Stoffmenge in beide getrennten Volumen? Wir gehen davon aus, dass Stichstoff sich wie ein ideales Gas verhält und wir kennen aus der Vorlesung die Zustandsgleichung für ideale Gase, nämlich P mal V, also Druck mal Volumen, ist dann gleich die Stoffmenge, sagen wir so in Mol, mal die allgemeine Gase, mal die allgemeine Gase, mal die allgemeine Gase, mal die allgemeine Gase, mal die Temperatur T. Dann können wir aus dieser Gleichung schreiben, dass die Stoffmenge als Mol ist dann gegeben durch P mal V, das heißt eben Druck mal Volumen, geteilt durch die allgemeine Gase, mal die Temperatur. Hier kann man sofort dann N A respektive N B berechnen und zwar als P A respektive B mal V A respektive B, geteilt durch die allgemeine Gasekonstante, mal T A respektive B. Und ich überlasse Ihnen mit den numerischen Angaben, mit den Zahlenwerten des Problems, das Ganze numerisch auszuwerten. Das war wirklich eine ganz einfache Anwendung des idealen Gasgesetzes. Die Frage B ist interessanter, weil was man macht bei der Frage B, man öffnet hier diese Verbindung, das heißt man entfernt die Trennung, sodass beide Gase sich mischen können. Gas A kann sich dann ausbreiten auch in Volumen V B und Gas B kann sich auch ausbreiten in Volumen V A. Das heißt am Ende nach der Mischung haben wir dann ein Gemisch von beiden Gase, die schlussendlich identisch sind, in einem grosseren Volumen V A plus V B. Diese Mischung erfolgt nochmals in einer thermisch isolierten Situation. Das heißt, wie ich vorher gesagt habe, die Mischung erfolgt so, dass die totale Wärmemenge Delta Q gleich Null sein muss. Was bedeutet dies? Es kann doch sein, dass bei der Ausbreitung des Gases A eine bestimmte Wärmemenge Delta Q A sich entwickelt, die eventuell effektiv ausgetauscht wird, und zwar zugeführt oder abgeführt. Aber da diese Mischung in einer thermisch isolierten Situation stattfindet, dann bedeutet das, dass diese Menge von Wärme Delta Q A muss genau identisch wie die Menge, die gleiche Menge von Wärme bei der Ausbreitung von Gas B, aber mit dem anderen Vorzeichen, sodass die Summe von sämtlicher Wärme, die bei dieser Mischung entwickelt sind oder sich entwickeln können, muss natürlich gleich Null sein. Das ist die sehr wichtige strategische Entscheidung, die Sie treffen müssen bei der Lösung des Problems. Verstehen, dass bei thermisch isolierten Situationen keine Wärmemenge Delta Q ausgetauscht sein kann zwischen Gase, die sich mischen und die Umgebung. Die Summe von beiden ausgetauschten Wärme bei Gas A respektive bei Gas B muss gleich Null sein. Wenn bei der Ausdehnung, anders gesagt, Gas A wird eine Wärmemenge Delta Q A abgeben, diese muss eigentlich von Gas B empfangen sein. Diese Wärme muss dann zu Gas B zugeführt werden. Wenn wir jetzt diese Gleichung haben, die genau diese Bedienung des Problems darstellt, dann können wir das aber auch schreiben, wie wir in der Vorlesung gelernt haben, explizit als spezifische Wärme des Gases A mal die Stoffmenge, nehmen wir das vorübergehend als Masse, mal die Variation in der Temperatur bei Gas A plus das gleiche für Gas B, spezifische Wärme des Gases B mal die Stoffmenge des Gases B mal die Variation der Temperatur erlebt bei Gas B und das muss Null sein. Jetzt wissen wir, dass beide Gase in beiden Bältern A und B identisch sind. Ca ist natürlich gleich C B, das bedeutet dann, dass die spezifische Wärme vom Problem ausfällt. Und dann, was übrig bleibt bei dieser Gleichung ist dann Stoffmenge A mal TG minus TA und plus Stoffmenge B mal TG minus TP. Okay, weil diese Variation der Temperatur ist die Variation zwischen Temperatur im Anfangzustand und die Temperatur am Gleichgewicht TG. So, dann können wir schlussendlich eine Lösung, also diese Gleichung nach TG lösen und und diese wird so aussehen. Das wäre TA mal die Stoffmenge des Gases A plus TB mal die Stoffmenge des Gases B. Gedeiht durch die gesamte Stoffmenge bei der Mischung. Jetzt hier haben wir die Stoffmenge als Masse. Wir können aber natürlich das Gleiche auch schreiben, wenn die Stoffmenge als Anzahl von Mol geschrieben oder definiert wäre. Das heißt, anstatt MA hätten wir Anzahl von Mol A, anstatt MB hätten wir die Anzahl von Mol des Gases B und unten die Summe von beiden Mol. Das wären dann zwei völlig äquivalente Darstellungen für die Definition der Temperatur am Gleichgewicht. Aber wenn wir jetzt die Temperatur am Gleichgewicht, das heißt, wenn beide Gase gemischt wurden, nochmals in einer thermisch isolierten Situation, dann können wir alle andere Zustandsvariable, Primärzustandsvariable des Problems berechnen. Das heißt, können wir auch jetzt nochmals mit Hilfe des idealen Gasgesetzes auch können wir auch den Druck des Gemisch, also der Mischung von beiden Gase berechnen. Das heißt, wir können schreiben aus dieser Gleichung, dass der Druck im Gleichgewicht, das heißt mit der Mischung von beiden Gase, ist dann gleich die Anzahl von Mol für die Mischung mal die allgemeine Gaskonstante mal die Temperatur eben im Gleichgewicht geteilt durch das Volumen im Gleichgewicht. Aber jetzt können wir sofort schreiben, das Tg haben wir vorher berechnet und Ng ist natürlich die totale Stoffmenge des Gases bei der Mischung. Das ist einfach Na plus Nb und das haben wir tatsächlich bei der Frage A berechnet und selbstverständlich Volumen bei der Mischung, das heißt am Gleichgewicht ist Volumen A plus Volumen B. Und das sind die Angaben, die dann in diese Gleichung reinfließen, um dann auch den Druck im Gleichgewicht zu berechnen. Mit dieser Übung haben wir hauptsächlich mit dem idealen Gasgesetz gearbeitet. Erstens haben wir nochmals betont, dass für ideale Gase gilt, dass das Produkt zwischen Druck und Volumen immer direkt proportional zur Temperatur ist. Jetzt in Abhängigkeit, wie die Stoffmenge definiert ist, sagen wir so die Stoffmenge als Anzahl von Mol, dann haben wir als Proportionalitätsfaktor zwischen P mal V und Temperatur Anzahl Mol mal die allgemeine Gaskonstant. Für die Frage B haben wir mathematisch die Aussage, dass das Ganze thermisch isoliert ist, mathematisch umgewandelt. Nochmals, wenn eine Mischung von Gase in einer thermisch isolierten Situation stattfindet, bedeutet, dass die gesamte Wärmemenge Delta Q gleich Null sein muss. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, Wärmemenge mit der Umgebung auszutauschen. Das bedeutet, dass wenn Gas A bei der Ausbreitung eine Wärmemenge Delta Q A entwickelt hat, das heißt, Delta Q A wurde zugeführt oder abgeführt, die gleiche Menge muss natürlich auch vom Gas B respektive Entfange oder abgeführt werden. Das heißt, die totale Menge bleibt Null und aus dieser Gleichung können wir dann schlussendlich die Definition für die ausgetauschte Wärme benutzen, via spezifische Wärme, Stoffmenge und die tatsächliche Variation der Temperatur. Beide Gase sind hier identisch. Diese Gleichung lässt sich sehr schön schreiben, nur als Funktion der Stoffmenge und der Variation der Temperatur. Und diese Gleichung gelöst nach Tg sagt mir dann, welche Temperatur erreicht man bei der Mischung, das heißt am Gleichgewicht, wenn natürlich die Stoffmenge und die Anfangstemperaturen von beiden Gase bekannt sind. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die nächste Videoübung mit Ihnen. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen.